Mäcki, wo bist? Dein Leiberl ist da, aber du bist nicht da und nicht sag jetzt wieder, dass du geschäftlich irgendetwas zu tun hast. Es hat geheißen, heute um 12 Uhr ich stehe da in Wien extra angereist für dich und du bist nicht da? Nein, nix, Spaß beiseite. Ich hoffe, am 17. Juli seid ihr alle dabei. Riesenspiel gegen die Vienna. Ich freue mich schon extrem. Ich habe mich schon ein bisschen eingelesen. Ich habe jetzt ein bisschen was erfahren, wie es um die Vienna so steht. Ich habe gehört, es ist ein sehr, sehr gutes Projekt. Ich hoffe für die Zukunft alles, alles Gute für die Vienna und ich freue mich schon riesig auf das Spiel.